Weiter geht's mit Final Fantasy 9. Wir gehen mal dahin, wo Aiko ist, aber erst gleich. Wir ziehen hier erstmal noch einen gelben Stein raus. Jawohl, sehr gut. Und jetzt laufen wir mal zu Aiko nach Hause. Hm, rauschen. Was ist hier unten? Erstmal hier, erstmal die kleinen Nebenwege gehen. Oh, noch ein Stein. Ein grüner Stein. Hallöchen. Und eine Kiste. Eta, sehr gut, haben wir ja gerade vorhin verbraucht. Da können wir nicht lang, wir können wieder zurück und müssen uns wieder prügeln. Mach nix, können wir. Ich glaube, dann können wir gleich nochmal direkt zurückgehen und die beiden Steine da einsetzen, wo wir die auch den roten und den blauen Stein reingeworfen haben. Vielleicht hilft das ja was, wenn man die zusammen reinwirft. Ja, hau ihn kaputt. Die können alle nicht zuschlagen, bis auf sie dann. Hm. Und ich sehe es auch nicht wirklich ein für so'n, für so'n Paddel da irgendwie. Ja, die Magie zu verschwenden. Gut doch. Na, diese Autoregeneration reicht nicht ganz, ne? Antibody und Level Up. Na gut. Das heißt, wir können uns wieder angucken, ob, wenn ich vielleicht was Neues zu Aiko reinstopfen können. So. Boah, wir haben schon 20 Punkte immerhin mit ihr gemacht. Warte mal. Warte mal. Ist das besser? Oh ja, hier. Mal gucken. Oh, warte, 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 warte. Da musste ich niesen. Da konnte ich zum Glück noch muten vorher. Das ist ganz prima. So, also, wir können hier lernen, Jelly, Autopotion, Magie, plus 10%, das machen wir doch. Ja, super Sache. Die E-Mail hatten wir ja vorhin erstmal durch. Genau. Ähm, können noch Sachen verteilen. Ähm, ne, 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 ne. Mägenküller, Wildküller, Backküller. Wird schon passen. Add 1, add 1, add 7. Oh, warte. 7. Yes. Dann können wir mehr Magie rein tun. Das ist prima. Gut. Ab geht's. Und dann gehen wir nochmal Steine einsetzen. So. Ähm, kommen wir da her? Ja, doch, eigentlich, ne? Oder kommen wir jetzt zum Lebensbaum? Das wäre jetzt nicht so... Oh, Weltkarte, Weltkarte. Ah, siehst du mal. Ah, ja, Weltkarte. Ich will aber eigentlich zurück. Eigentlich will ich zurück. Ich will ja zurück zu diesem Ding, wo man die Steine entsetzen kann. Wissen wir ja immerhin schon mal, hier geht's zur Weltkarte. Das heißt, wir müssen hier hoch wahrscheinlich, ne? Oder was? Hä? Ja, es ist schwierig. Man erkennt nicht ganz, wo man langen kann. Dann gibt's halt ein paar Zufallskämpfe. Also, Let's Play ist immer ein bisschen schwierig mit den Kämpfen. Aber das hab ich ja schon mal öfter geäußert, dass ich da so meine Probleme mit den Dingern hab. Das macht nix. Vivi, ach komm, hau rein, Vivi. Und du hau auch rein. Jetzt haut er sowieso rein. Oh ja. Wenn Vivi jetzt zuhaut... ...jemand mit diesem Boot-Modifikator... ...ääh... ...ja, gibt das ja noch mal mehr Abzug. Seht ihr? Da sind die Gegner auch immer wie immer selber schuld. Das ist irgendwie albern, dass sie da diesen Modifikator drauf wirken. Okay, Vivi und, äh... Dingens. Dann was Neues. Was hat der denn? Ich mein, wir können doch sowieso nichts mehr an. Ja gut, haben sie nix mehr, ne? Hast du ja eh nicht mehr... ...eine Möglichkeit, was anderes anzuziehen. Was dir irgendwie noch mehr bringen würde. Und, äh... ...sie hier, glaub ich, ne? Ja, ja. Ich glaub, wir haben da auch alles durch. So, gut, weiter geht's. Na, siehste mal, da kommt man hoch. Ja, gewusst wie. Wahrscheinlich haben wir da auch noch den einen oder anderen Zwischenkampf. So. Runter, zurück. So, warte mal. Ne, speichern können wir gleich auf den Rückweg. Finde ich. Weil speichern ist wichtig. Zack, hallöchen. Hier gelben Stein rein. Den Yellowstone Park. Den ganzen Yellowstone Park hab ich reingetan. Hä? Da kam was aus. Im Hinterteil raus. Einen Mondstein erhalten. Was ist ein verdammter Mondstein? Ähm, ist hier ein Mondstone da? Wie? Ah. Oh ja, Equipable. Ich glaube, damit kann man was Cooles lernen. Das schauen wir doch mal nach. Er hat ja jetzt grad einen Saphir. Saphir, Schwarzgore, Saphir. Egal, angenommen, er hat keinen Saphir. Okay. Kann sie was lernen? Shell kann sie schon. Kann er auch schon. Shell kann sie lernen. Ah, schade. Ich dachte, das wär irgendwie was Cooleres gewesen. Ich glaube, wir können auch dort speichern, wo wir hinkommen. Wir müssen jetzt nicht hier bei dem Mogul speichern. Sondern bei Aiko zu Hause, wenn die ja mehr und mehr Mogul hatten, können wir da sicherlich auch irgendwo speichern. Weil bei solchen kleinen Random Kämpfen, da sterben wir jetzt nicht. Das kriegen wir schon hin. Aber müsst ihr auch so sehen. Wenn ich jetzt diese Random Kämpfe ständig hab, dann leveln wir halt quasi. Das heißt, ich brauch keine extra Level-Sessions zwischendurch. Einfach machen. Und ihr könnt ja spulen. Ihr kennt ja das, äh, herumgeheule von mir. Ey, sag mal. Ich wollte doch gerade was auswählen. Ja, dann hau ich euch halt. Kommt mir nicht so. Ich hau euch einfach nur. Ich heile euch einfach zwischendurch. Cool. Das ist ein Counter. Wird gar nicht so viel. Oh, warte mal. Wenn jetzt... Ja, geile Kombo. Wenn jetzt sie dann ein Counter hat, dann muss ich ihnen, äh, unbedingt dieses, äh, äh, Mädels beschreiben. Schützen jetzt geben, weil dann halt gibt es zwei Charaktere, bei denen er sich vor die Mädels stellt und dann wiederum Counter wirkt. Und weil er sowieso so viele Lebenspunkte hat, äh, rockt das ziemlich. Das probier ich gleich mal aus. Das ist geil. Diese Kombos find ich immer cool, wenn man bestimmte Abilities da, äh, aktiv macht. Ja, ja, ja. Das kann gut sein. Ja, mach halt Eis. Mir auch egal. Obwohl, äh, Schnitzel. Ja, mach auch noch auf Sidans Illusion, ne? Hier. Dann lege ich immer den Controller zur Seite und guck mal, was passiert. Wobei Sidan, äh, haut wahrscheinlich den ersten den ersten Schlag, den er macht, ist wahrscheinlich einfach tot. Sag ich doch. Hast du super gemacht. Dann aktiviere ich das gleich mal mit diesem Männerhelter. Männerhelter. Level up und Demi hat er gelernt. Sehr gut, sehr gut. Und wir haben wieder mächtig Kohle. Dann können wir wieder Items ersteigern in Treno. So, ähm, wir haben hier Demi gelernt. Jetzt können wir noch mehr lernen. Halt, halt zum Beispiel. Und sonst nichts. Na gut, dann lernen wir halt Halt, halt. Halt, halt. Hilft, so eh nicht. Und zwar hier, Abilities war das weg. Und zwar, Protect Girls. Da brauchen wir noch zwei für. Hm, nom, 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 nom. Petrify können wir aufheben irgendwie, kriegen wir schon hin. Protect Girls, haben wir noch zwei. Gut, dann mach mal der Devil Killer. Das ist schon. Okay. Dann bin ich ja gespannt, ob diese Kombination irgendwas, irgendwas benutzt. Harte mal, wir haben nur wenig Lebenspunkte, oder? Wo haben wir denn, hat sie jetzt noch viel, ähm, ja, wird schon passen. So. Und zurück. Ab zu Aiko. Das will ich nämlich mal sehen, weil ich glaube, das war nämlich sehr niedlich. Das heißt, wir haben gleich wieder so einen kleinen, so einen kleinen, storylastigen Teil. Demnächst. Das war ganz putzig. Vor allem, triffst du einfach mitten im Nirgendwo zwischen dicken Ohren oder welchen Treuen und Sachen und komischen, äh, äh, Transvestitenpflanzen. Auch halt. Auch halt einfach kaputt. Schon okay. Jetzt auch wenigstens langsam bei. Triffst du einfach mal so ein, so ein, so ein kleines Mini-Mädel. Ja. Keine Ahnung, wo die herkommt. Oh, das ist wie lebendes Ding. Und trifft nichts. So. Dann hält das nicht mehr durch. Und tot. Der haut schon ordentlich rein. Wenn wir jetzt noch Steiner dabei hätten, ne? Steiner kann auch ordentlich reinhauen. Das sind halt diese Mini-Charaktere, die halt einfach nur gut im Hau drauf sind. Die anderen sind halt so Zauberer. Die anderen drei, die wir dabei haben, ne? Zwei Heilzauberer. Brauche ich ja gar nicht. Und ein Kampfzauberer. Hier wollte ich hin. Hallöchen. So. Auch Weltkarte. Ah, aber andere Weltkarte. Wo sind wir denn jetzt? Ich dachte, aber hier kommen wir wenigstens zu Hause, hat sie gesagt. Ja. Dann gehen wir hier vorne mich hin. Da haben wir vielleicht das Zuhause. Ja. Fragezeichen. Fragezeichen klingt aber gut. Kennen wir sicher nicht. Richtig. Zidane! Das hier ist mein Zuhause. Madain, Zari. Du lebst hier? Es ist ein Haufen Geröll. Lilly? Was ist hier passiert? Dieser Ort. Das ist alles Ruinen. Madain, Zari. Die Stadt der verlorenen, äh, vom Nurengang, Beschwörer. Matcha, Mako, Shimomo. Kupo, Kupo. Momatose, Morrison. Wo ist Mock? Hä? Nee. Wurde Mock gegessen? Die Musik ist auch so geil. So schön. Mock! Du lü lü. Ach, schön. Da hinten ist er ja. Das einzige mit dem gelben Bommeln, hä? So ein kleiner. Oh, ist ein Mini. Ist ein kleines Baby, Babymugel, hä? Kupo. Kupo, Kupo? Nein, ich bin nicht böse auf dich. Aber, ne? Lass mich nie mehr im Stich, okay? Ja, Kupo, natürlich. Bla. Sieh dann, komm her, folg mir. Da fliegen die alle lang. Die Musik, ey. Los, ab zur Arbeit, Leute. Kupo, ja, natürlich, Mock, du bleibst bei mir. Kupo. Okay, weiter geht's. Ja. Oh, eingesteckt. Nett. Ich sag mal, hat sich der Mugel gerade in dein Kleid, in deine Klamotten, äh, verkrümelt? Jupp, klar. Mock, bleib immer bei mir. Lüsternes Viech, Kupo. Hehe. Aber flauschig, ist total flauschig, so ein Kupo-Viech, oder? Das muss man doch eigentlich haben, so als, als Kuschel, Kuschelviech. Ach. Ich hab auch keine, keine guten Plüschviecher von Muggels gefunden, also, also, wenn, falls jemand von euch irgendwie einen Mugel-Plüschviech so in, keine Ahnung, so etwa Handflächengröße oder so, irgendwo mal aufgabelt, ich fänd's total cool. Ich brauch sowas. Sieh dann, komm her, komm hier. Sitz mal, setz dich mal hier hin. Äh, hey, also, erzähl mir mal von dir. Erzähl mir mal was. Ja, na klar, also, ich will auch mehr über dich wissen, Eiko. Möglich? Naja, zum Beispiel das mit den Eidolons, ne? Hm, wo bist du her? Wie alt bist du? Was machst du denn so so? Wo gehst du hin? Äh, also, naja, nee, also, was ich wissen will ist, hä, was, was isst du denn gerne? Was, äh, was für Eidolons magst du? Was für Muggels magst du? Brr, 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 Ich hab noch nie so jemanden getroffen wie dich. Tja, keine Ahnung, Lilly? Was, was, was denn los? Siehst irgendwie müde aus, ne? Ne? Oder, oder, dazed irgendwie. Komisch. Ne, ne, ist nix. Ne, ne. Hm, hast du Fieber oder so? Ah, ey, ne, dir geht's gut. Hehe, bist du eifersüchtig? Warum würd ich eifersüchtig sein, hä? Ey, seid ihr, Lilly und du, echt nur Freunde? Bist du echt in der Friendzone? Sieht mehr so aus, als ob ihr beiden mehr seid. Naja, also, ja, wir sind mehr als Freunde. So, ja, und, und, was nun mit Leuchte? Was ist los? Wir sind ein Team. Ein Team? Ja, genau. Vivi ist auch ein Teil des Teams und, äh, wo ist er hin? Das ist so wie, so wie ich und die Mugels, ne? Ja, genau, sowas in der Art. Mhm, ist schon okay. Alles sauber, Kupo. Ja, danke, Mocha. Ich werd da gleich auch sein. Wieder eingesammelt. So, ich werd mal anfangen zu kochen. Ihr müsst unbedingt nachher vorbeikommen und mitessen, ne? Okay? Tchum, ist sie weg. Puh, da ist immer noch Sachen, die ich sie fragen möchte. Lass nachher mal hingehen. Okay. Ich, äh, ruf dich, wenn's Essen fertig ist, ne? Geh nicht so weit weg. Ein Active Time Event. Nehmen wir doch an. Vivis Gefühle. Macht er sich Sorgen wegen Queena? Ne, keine Ahnung. Ach, Vivi. Mister 288 hat mir erzählt, dass ich verstehe, was es meint, was es bedeutet, zu leben und zu sterben. Aber, naja, aber ich dachte nur, dass das Stoppen was anderes ist als sterben. Hm. Ich glaub nicht, dass ich kapier, was es bedeutet, zu leben und zu sterben. Wo, wo komm ich her? Geh ich dahin zurück, wo ich herkomm, wenn ich sterbe? Wenn, wenn das das bedeutet, wenn man lebt, dann frage ich mich echt, wo ich herkomm. Hm. Wo, wo will ich hingehen, wenn ich sterbe? Ne, ich weiß es nicht. So viele Fragen. Oh Mann. Warum schüttelt's mich? Über den Gedanken daran. Was, was, was fühle ich hier? Ah, armer Vivi. So verwirrter, kleiner Stoffkopf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Los, Lilly, was sieht's aus? Oh, ich bin ein bisschen müde. Immer noch müde. Puh, doppelgeklickt. Wir sind jetzt wieder nur sie dann, ne? Jupp. Gucken wir uns doch erstmal um. Oh, warte mal. Auto bezeichnen. Libra. Was ist denn das denn? Das ist ein Libra. Ist das ein Gegenstand? Libra. Das könnte eine Waffe sein, oder? Wo ist Libra? Ah, das ist alles unübersichtlich. Range. Ah, pass mal auf. Auto. Siehste mal. Sehr gut, jetzt hat man es übersichtlicher. Libra. Erz. Ne, warte mal. Ah, hier. Aha. Key Item. Ah, das ist ein Stellatio. Also eins von den Dingern, die wir dann auch in Trino abgeben können, dafür Kohle kriegen. Sehr gut. Cool. Bin ich gar nicht auf dem Schirm. Da wollen wir gar nicht lang. Links wird gekocht. Dann gehen wir nochmal nach links zum Kochen hin. zu Vivi. Äh, Vivi? Hey, was ist denn los? Was ist denn falsch mit dir? Was, was? Och, Snicks. Ich, ich denke nur gerade nach und so. Naja, ach, denk mal nicht so viel nach. Ne, ruhe dich auch mal aus. Ja, okay. Danke. Sieh dann. Noch ein Active Time Event. Lilis Gefühle. Das ist jetzt heute so ein großes Gefühle-Duell hier, hm? Hm. Ein Dorf voller Beschwöre. Ich hab in einem Buch über dir gelesen. Einen Stamm, der die Kraft besitzt, um Eidolons herbeizurufen. Eidolons. Hm. Dadurch, dass ich weiß, dass ich Eidolons in mir hatte, bringt's mir irgendwie keinen Spaß. Weil ich's ja verloren hab, ne? Mutter, kehrt mich ein. Benutzt die Eidolons, die sie von mir geklaut hat, als Waffen im Krieg. Ich dachte, ich dachte, ich würde meine Eidolons töten, äh, wenn, wenn, wenn Kuja sie für den Krieg benutzen würde. Also, dass ich sozusagen sie lieber auch töten würde, als dass er sie benutzen kann. Aber jetzt, wo sie weg sind, fühle ich mich, als hätte ich einen Teil meiner selbst verloren. Oh je. Warum denke ich über all das jetzt nach? Das muss dieser Ort sein. Irgendwie fühlt er sich vertraut an. Hm. Ja, 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 ja. Sogenanntes Foreshadowing im Erzählen, dass man schon mal so Andeutungen macht. Ja, ich bleib noch ein bisschen hier und denk noch ein bisschen mehr nach. No, mach mal. Ich geh dahin, wo's Essen gibt. Gut. Kupo, bitte warten. Lady Aiko sagt, dass es noch eine Weile dauern wird, bis sie fertig ist mit Kochen. Also, ich werd dich rufen, sobald's fertig ist. Kupo. Aikos Feelings. Noch mehr Feelings. Oh, danke fürs Aufräumen. Ihr habt's super gemacht, Leute. Also, ein sauberes Haus, würdig, um meinen Helden sie dann zu beherbergen. aber jetzt beginnt die wahre Herausforderung. Ich glaub nicht, dass Lily und Sidan sich jetzt schon irgendwie, ja, weiß nicht, Dates haben oder so. Ah, Lily war ganz schön langsam, Sidans Anmache, äh, zu, ja, weiß nicht, mitzuspielen. Das heißt, ich hab noch einiges an Zeit, zwischen die beiden zu kommen. Hm. Ich, ich werd ganz, 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 ganz viel leckeres Essen kochen und damit sie dann zeigen, was für ein tolles, Homemaker, was für eine tolle Hausfrau ich bin, sagen wir einfach mal. Kupo. Das, äh, könnte funktionieren, wenn du gutes Essen machst. Ja, aber, aber Aiko macht halt immer, macht halt immer die letzte Grütze, wenn sie kocht. Das ist immer alles voll ekos. wirklich. Aber wir haben auch überhaupt gar nicht genug Essen grad da, ne? Ich weiß, ich weiß. Deswegen darf ich ja hier nicht, äh, diesmal, äh, keinen Brei zusammen kochen, der nicht schmeckt, ne? Ihr müsst mir helfen. Nee. Kupopopopo. Oh, ich bin so müde auf einmal. Ey, ihr helft hier womit? Jawohl. Also, ich werde hier meine Spezialität kochen. Das, Stein, irgendwas mit Steinen und, äh, Kartoffeln und, äh, nen, Eintopf. So soll's aussehen. Ja, ja, Kupo, das war, ja, das ist lecker. Aber der letzte, den du gemacht hast, der schmeckte so, dass ich dachte, dass mein Bommel abfallen würde. Das ist so süß, die Dinger. Oh, nur Eintopf? Ja, ich denke, ja, stimmt, ich brauche wohl noch ein anderes Gericht. Was glaubt ihr? Hm, ja, Kupo, was, wie wäre es mit ein bisschen Fisch? Hm. Ja, ja, frischer Fisch. Schmeckt gut, wenn man ihn als Barbecue zubereitet. Hm. Hm, Fisch. Ja. Ja, das klingt gut, das klingt gut, ja doch. Okay, unser Menü ist, der, 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 der Steine, Toma, äh, Steine, Kartoffel, äh, Auflauf, da hier, äh, Eintopf und Barbecue-Fisch. Lass uns mal gucken. Wer soll fischen gehen? Äh, ah, Chimomo ist gut. So, Chimomo, du gehst fischen. Okay, Kupo. Wer soll Tomaten, äh, immer noch Fentomaten? Nur weil Potatoes und Tomatoes so ähnlich ist. Äh, Kartoffeln, Kartoffeln, äh, äh, Momotos. Los, Momotos, geh mal Kartoffeln. I choose you. Kupo. Macho, du hilfst mir in der Küche. Aha. Ich muss nicht immer so hoch reden, dann muss ich immer so hoch sprechen. Kupo. Hm. Ja, wir fangen an zu kochen. Alles klar, los geht's. Ich glaub, es ist völlig egal, wen man da auswählt. Ach, Großvater. Ich will nicht mehr allein sein. Hilf mir doch einfach, das hier richtig zu machen. Und ich mach an dieser Stelle einen Cut, weil es schon wieder viel zu lang ist. Und wie die dann kochen und wie wir es richtig machen, erfahren wir in der nächsten Aufnahme. Und du mal hin, Vielen Dank.